Mein Name ist Petra Jäger, ich bin von den Bildungspartnern Österreich hier und vertrete den Westen Österreichs mit meinem hochwertigen Bildungsangebot, das ich gerne über die Social-Media-Schiene vermarkten möchte. Wie habe ich mir das überlegt, dass das vonstatten gehen könnte? Ich werde mich hinsichtlich meiner Zielgruppe, die hauptsächlich aus Professionals besteht, also Berufseinsteigern, Umsteigern und Aufsteigern, auf Xing konzentrieren und auf LinkedIn, gemeinsam in Kombination mit YouTube, wo wir in Videos vorstellen, was wir machen, damit einfach der Kunde oder der potenzielle Kunde ein besseres Bild von unserer Sache bekommt. Die Ziele, die ich habe, 75 Kontakte plus auf Xing und zwar von potenziellen Kunden, also wirklich interessierte Kunden. Zwei Postings pro Woche, das wird sicher eine Challenge werden, aber das ist mal ein Ziel von mir. Reaktionszeit auf irgendwelche Meldungen, Kontaktanfragen und so weiter, maximal 48 Stunden. Vielen Dank!